Leutkirch im Allgäu. Hier zeigt sich das Voralpenland von einer seiner schönsten Seiten. Und auf dem Areal eines ehemaligen Sägewerkes entsteht ein neues Stadtquartier in einer Hybridbauweise mit Holz. In den sogenannten Storchengärten entstehen 450 Wohneinheiten nach dem KfW 55 Standard mit Fernwärmekonzept für Biogas und Holzhackschnitzel. Auch das Mieterstrom-Modell mit hauseigener Photovoltaikanlage ist durchaus zukunftsweisend. Mittendrin fällt auf eine riesige Dachterrasse. 60 Quadratmeter sonnigster Süden. Und genau dort starten wir heute. Denn Frau Schmidt-Kube zog hier vor einem Jahr ein. Mit 76 Jahren hat sie sich für ein modernes Penthouse entschieden. Heute, ein Jahr später, ist die Dachterrasse dran, von der sie schon beim Einzug ganz genaue Vorstellungen hatte. Ich habe geplant, auf dieser großen Terrasse, da kann man ja wirklich was draus machen, dass das mediterranen Charakter bekommt. Viele Pflanzen, Kräuter. Dass ich auch ein bisschen was zu tun habe im Sommer. Weil auch im Sommer können wir wunderschönes Wetter haben hier im Allgäu. Und auch die Kräuter und die Pflanzen sollten also wetterbeständig sein. Mit diesen Plänen machte sie sich auf die Suche nach einem passenden Team, das nicht nur die Dachterrassengestaltung ausführt, sondern gleich eine fertig ausgestattete Dachterrasse mit hochwertigen Gartenmöbeln und Deko-Elementen liefert. Doch Holzmöbel und Segel sind nicht mehr im Konzept vorgesehen. Und das hat seinen Grund. Im Prinzip wollte ich erstmal Holzmöbel hier auf die Terrasse haben. Habe mich dann aber sehr gut beraten lassen von dem Studio von der Firma Liebig. Weil das ja doch nicht so widerungsbeständig ist, wie diese Korbmöbel, die ich jetzt habe. Und ja, und dann habe ich unter Umständen, kann ich noch eine Hose drüberlegen und dann ist es geschützt. Und zum Schluss über den Winter nehme ich dann die Tour und packe alles rein und dann ist alles versorgt. Bis die Terrasse aber zum Gartentraum wird, sind neben der guten Planung viele Schritte nötig. Wir begleiten das Team von der leeren Dachterrasse bis zur fertigen Oase. Also wenn Frau Schmidt-Kubi jetzt hier rauskommt, wird sie erstmal in den Lounge-Bereich kommen. Mit Outdoor-Möbeln, mit dem Outdoor-Teppich, um das Ganze ein bisschen wohnlicher zu gestalten auch. Angelagert an diese Lounge-Gruppe haben wir dann so einen Feuertisch, Gas betrieben. Ein bisschen Wärme, ein bisschen Feeling. Einige Terrassenplatten wurden entfernt, um runde Kunstrasenflächen zu schaffen. Lange Zeit verpönt, kommt er jetzt wieder in Trend. Gerade für den Balkon oder Terrasse hat der Kunstrasen einige Vorteile. Und vor allem sieht er mittlerweile täuschend echt aus und es muss kein Bodenaufbau für die Wurzeln geschaffen werden. Zudem fühlt er sich auch barfuß fast so an wie echtes Gras. Und der Rasenteppich muss nicht gemäht werden. Einmal ist es natürlich die UV-Beständigkeit, dann ein hochwertiger Kunstrasen ist, je nachdem wie viele Stiche pro Quadratmeter er gefertigt wird, wie viel Untergräser er drin hat. Kunstrasen ist in der Regel als Rollenware erhältlich. Und jetzt geht's auch schon ans Verlegen. Die einzelnen Schritte, um einen Kunstrasen zu verlegen, jetzt hier auf der Dachterrasse zum Beispiel, haben die Platten eben kreisrund ausgeschnitten sogar, nicht nur eckig. Haben darunter eine Verlegeschicht aus Splitt beibelassen, haben dann ein Textilvlies eingelegt. Dann wird der Rasen sauber zugeschnitten und eingelegt. Beim Verlegen wird zwischen unverfüllten und verfüllten Kunstrasen unterschieden. Hier auf der Dachterrasse wird verfüllt. Nach dem Verlegen wird feiner Sand zwischen die Halme gefegt, was sie aufstellt und gleichzeitig stabilisiert. So bleibt die Matte auch bei stärkeren Windböen liegen. Schicker Eyecatcher auch der Brunnen. Er ist quadratisch modern und verleiht dem Garten neben den beruhigenden Plätschern des fließenden Wassers auch ein stylisches Ambiente. Hierfür wird das benötigte Kabel unter den Terrassenplatten verlegt. Und der Brunnen hat auch ein paar besondere Highlights. Das Besondere an dem Brunnen ist im Grunde ein formales Wasserelement mit einer ruhigen, fließenden Wasseroberfläche. Wir haben abends noch ein Licht, was man zuschalten kann. Im Grunde ein ganz ruhiges Element, was auch natürlich die Spiegelung vom Licht und den Wolken da irgendwo wieder im Wasser darstellt. Und darauf freut sich die rüstige Rentnerin besonders, den Feuertisch. Ja, ich freue mich als allererstes hier zu sitzen, abends. Und wenn es kalt wird, habe ich einen wunderschönen Feuertisch. Und daneben ist so ein Tisch, wo die Gasflasche versteckt ist. Und dann kann ich mir das anmachen. Das wird auch niemanden stören, von wegen Holz und Gerüche und Funken und Flammen. Und dann kann ich das anmachen. Und wenn ich möchte, könnte ich sogar grillen da drauf. Um Privatsphäre zu schaffen, werden einige Solitärgewächse als Sichtschutz gesetzt. Als Sichtschutzpflanzen haben wir hier jetzt hohe Tröge mit Eiben und mit portugiesischem Lorbeer. Ein bisschen im Wechsel war auch der Wunsch von Renate Schmidt-Kube, dass wir da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Die Pflanzen sind immer grün. Dann weitere Pflanzungen sind ein mediterranes Kräutereck, sind teilweise ganz schlanke Säulen, auch immer grün. Für das mediterrane Feeling dürfen Kräuter nicht fehlen. Thymian, Salbei, Zitronenmelisse haben ihren Platz in Pflanzdrüben gefunden. Also, diese vielen Kräuter habe ich aus dem Grunde auch angepflanzt. Die hatte ich auch früher in meinem großen Garten. Natürlich musste das hier auf die Terrasse auch, weil ich sehr, sehr gerne koche. Und wenn meine Kinder da sind und auch für mich natürlich alleine auch, es geht nichts über ein frisches Kräutlein, werde ich das sehr, sehr gerne benutzen und kann immer wieder neue pflanzen. Nach wenigen Tagen ist die Dachterrasse endlich wohnlich und nahezu perfekt eingerichtet. Doch ein Manko gibt es, was bei der Errichtung des Gebäudes nicht von vorn hinein bedacht wurde. Also, ich hätte auf jeden Fall anders gemacht. Ich habe leider keinen Wasseranschluss hier auf der Terrasse. Also muss ich Gießkannen schleppen. Und wie man sieht, habe ich hier auf dieser Terrasse, die hier fast 60 Quadratmeter groß ist, sehr viele Pflanzen, was ich auch wollte. Gut, ich muss Wasser schleppen, habe ich auch über was zu tun. War die Dachterrasse vor einem Jahr noch komplett leer und ungemütlich, ist sie in diesem Frühjahr zu einer tollen mediterranen Garten-Oase geworden. Hier lässt sich der Ruhestand auch wirklich in Ruhe genießen. Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.